Ein großer Teil der Corona-Beschränkungen im Saarland soll bis zum 20. März fallen. Einen ersten Lockerungsschritt werde es allerdings schon am Samstag geben. Es werde vor allem Kontaktbeschränkungen und den Einzelhandel betreffen. Das sagte Ministerpräsident Tobias Hans eben soeben nach den Beratungen von Bund und Ländern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017